So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Satisfactory. Und zwar wieder mal was in eigener Sache. Es gibt zwar schon die Stream-Versionen, aber den einen oder anderen ist sie sicherlich zu lang. Deswegen kommen hier kürzere geschnittene Folgen eben von diesen Inhalten. Darum würde ich mich freuen, wenn ihr auch hier einschaltet. Habt Spaß dabei, wie die Produktion wächst und wächst. Danke vielmals, ich bin neu auf Angeben und jetzt geht es hier los. Wow, ich bin neu auf. Okay. 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 Das wird schon da. Okay. Okay. Von dem Bahnhof raus. Das kommt aber nicht immer in den gleichen Container, hast du gesagt, gell? Okay. 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 Das ist Quarzsand. Das ist Quarzsand. Quarzsand. Aber wenn ich den geradeaus weiterleite, dann stoppt das nochmal das Federbandel. Das ist komisch. Das kann oben und um. Nein, das kann ich nur. Da kommt nur der Quarzsand. Da ist der Quarzsand. Okay. 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 Kommt mir auf... Kommt mir auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und wir schauen uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe einen Haken gemacht! Was hast du gemacht? Einen Haken habe ich schon gemacht und ich habe es noch gar nicht verwoben. Ich habe eine große Schrift für funk, 2018 und ich habe einen Haken gemacht! Ich habe eine große Rolle, die du mitwerten und schützen legal. Ich habe einen Haken gemacht! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ganz so nicht, aber am Anfang sind wir nicht so intensiv. Anschauen tue ich es mir schon, aber... Ja, wie gesagt. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Anschauen möchte ich es mir schon, aber halt nicht so intensiv, sage ich mal. Jetzt hat man sowieso schon den Nachteil mit den ganzen Karten. Wow. Wow. Das war's für heute. Das stimmt. Ich hab probiert den einen Engländer zu kriegen. Unmöglich, oder? Mit den Teams. Wo du eben die Teams hergibst. Damit du einen Spieler kriegst. Die Squad Challenges zu Essence. Das stimmt. Das stimmt. Der Gegner war bisher sehr moderat, muss man sagen. Wenn ich gespielt habe. Was wollte ich denn hier ableiten? Was? 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 Okay, dann verstehe ich dich nicht, bei der meins, dass das frustrierend ist. Ah, jetzt kommt Platz wieder. Was du das meinst, ja. Alter, ich bin der Thieler. Ah, ich bin der Thieler. Ich lasse jetzt mal den Testdurchlauf machen, mit einer Container, die ich habe, neben mir. Dann sind wir jetzt noch nicht ganz fertig. Aber jetzt bin ich tot. Aber Kabel kann man da doch eh auch irgendwo durch. Ja, da. Hast du schon gebaut, diese Quatsch und das Handwerk baust du nicht, oder was? Ja. Wenn ich jetzt nicht noch mehr Fails mache, dann wird das auch was. Besser mit der Ruhe, kein Stress. Ah, wirklich dumm, wirklich dumm. Zuerst leite ich Nägel hin. Kommt auf, es sind keine Nägel, die dort hingehören, ja. Dann leite ich Draht hin. Dann habe ich mir gedacht, ah nein, den Draht wollte ich ja umwandeln. Aber jetzt dann hoffentlich. Also. Oh Gott. Aber ich glaube eh, dass ich all along das machen muss. Nägel. Weiter, wieso geht es? Ich bin einfach noch überzeugt. Weil du nicht abgeschaltet bist. So, ja. Du hast dich schon wieder eingeschaltet. Was? Die Nägel. Nägel habe ich noch nicht eingeschaltet. Okay. Muss ich aber wieder. Und dann weißt du jetzt schon, dass du wieder welche brauchst. Nein, nicht Nägel. Kabel. Aber du hast nichts gesagt. Draht. Oder Draht. Also... Ne, ich meinte... Äh... Kabel werde ich brauchen. Vermutlich. Aber jetzt wählen wir diese Person im Aufzug, oder? Der wäre nice, wenn es den geben wird. Aber du könntest ja diese Röhre bauen. Stimmt. Voll schritten. Stimmt. So, aber jetzt... Na, ich muss die Nägel jetzt irgendwo hin ableiten. Aber... Oder gar nichts zulassen, dass sie... Gar nichts zulassen. Dass sie rüber kommen. So, meine Nägel können wir ja brauchen. Aber da ist das Lager wahrscheinlich voll. Aber da ist das Lager wahrscheinlich voll. So, läuft da jetzt. Hm... Probier. Soll ich's noch. Hier... Ist das schon das? Ja, er konstruiert schon. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.